hi und willkommen mein name ist ja hoffentlich eine spinne stein aufgehoben hat unter meine spinne hier sieht die beine noch ich habe mich kaputt ich habe dafür nichts bekommen und jetzt mal wenn ich unsere so ein baum stimme ja ich glaube ich bin zu lustig zu trinken wir müssen noch mal in richtung des nachbars gehen wir müssen noch bei unseren nachbarn fragen ich glaube ich sterb gleich beim wassertropfen fühlt sich irgendwie ganz rotes ja weil du unbedingt was trinken muss jetzt geht es mal wenn sich der wassertropfen auch für krieg schaden ok nicht so ich rennen müssen aber zu trinken ja hier ist das hier ist das dorf trinken du kannst alles was dagegen um das trinken der teich da ja du kannst daraus trinken das ist gar nichts nein das ist ein fisch dafür eine angel wir brauchen schwer brauchen wir dafür du kannst das wasser jetzt denken das ist doch nicht sauber schneeschuhen handgemachte axt erwarte die hand gemacht hat stand da handgemachte axt handgemachter bogen seil stein und stock ich habe einen stock hier mit rein gepackt und dann wenn ich auf dieses zahnrad auf da kannst du sehen was er da ausbauen kann sein also ich habe drei seile aber ich kann ja nicht geben oder hast du hast du hast noch diese platte ja ich kann hier hochkippt ich habe immer erst da reinpacken okay aber da kann ich das eigentlich reinpacken jetzt nicht ich habe knochen reparatur erzeug angemachter bogen es hat stoff ja lebe ich noch weil ich 5 und fehler federn hat doch also sind die outfit outfit ist ganz unten rechts habe ich gesehen ja das weiß ich so sind die fehler fünf fehlern baue ich dafür ich hab nur drei das war irgendwie schwer erstellen ich meine ich hatte irgendwie mal so hat doch ja schwacher später aber wir haben ja gesteckt schwacher schwer zwei stöcke ich habe ein verbissen stein wo enten wir sind in dem wasser und federn da kann ich mir beide machen ich habe sechs weder eine verlebt diese wasser schrieb nicht das brauchen dafür noch mal fünf federn und stocken ein stock und fünf federn her ich habe eine gemacht war sehr gut ich habe bogen aber ich weiß nicht wo wir dieses tablett ist alter topf gesammelt zum wasser kochen ich glaube damit können wir uns wichtiges wasser machen ich kann man glaube ich hier den topf hier nehmen ja ich gehe mal zum wasser ja ja wir haben eine wasserquelle langsam läuft es ja da kann man können wir hier draufsetzen können wir uns wasser kochen geile sache die fliegen über durch die gegend noch mal ein neues outfit kann man wasser irgendwo einpacken in irgendwas ich hab's ja auch gestellt weil auch nicht irgendwie lagern oder so schade hier du kannst das wasser wasser hier drin auch auf das feuer stellen dann kannst du es trinken dann ist das wasser auch nicht mehr schmutzig wo du musst erst mal das stein langer ist voll da war kann ich mit dem topf machen ja ich glaube ich habe mir eine blumen oder so reingepackt kann kann man zum t damit machen das stein langer ist voll ich guck mal breit bauen kann ich mache ich mache gerade 1 an steinlager stockzaun alpines baum aus deckenschädel lampe hier ich habe mal dein zeug getrunken und ich glaube deshalb habe ich gerade komplett aufgefüllt immer den topf wieder mit ja wo wir schlafen gehen wenn man essen ich war noch mein essen einfach mein feuer bloß nicht aus ich bin da am kochen und dort da reingetan oder hast du gegessen ich habe gerade gesagt ich habe ja ich habe noch ein bisschen fleisch übrig ich habe mir nicht vom fleisch fällst so hier ich habe ja was reingetan ich bin hier und hunger und die steine ganz hat er weistlich haben wir alle gesammelt bleibt jetzt beim feuer bitte dann auch gleich wieder mit und jetzt kann der feuer um dich zu wehren wenn ich ich habe jetzt nicht aufgepasst genau wie aufnahmen gestaltet haben aber das 20 nachdenken so musst du gut sein ich habe bloß ich habe so kommen wir jetzt noch frühstück ja ich gehe mal eine wasserquelle ist noch nix verdammt mir geht auch so lange so das fleisch aus jetzt kann ich mir doch sicherlich sein ich gehe mal auf die jagd mit meinen pfeil und bogen aber gott sei dank wenn ich die pfeile schießt dann kann ich die wieder einsam trinken bitte naja ich muss auch wieder so langsam anfangen ich habe ich glaube ich kann nicht einen kleinen steiner einsam und ich war jetzt mal unser band hier fertig stellen wir sind schon sagt drei vier paar zentren bauen ich hatte mal den vorgelegen krieg das sind wir im go landen oder jedoch den ja 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 stein müsste ich noch irgendwie so ein hasen oder so finden können ich jetzt abschießen vielleicht ja vielleicht ja vielleicht ja keine steine muss waren oder ist einer warte kommen wir aber stehen aus den augen verloren ja voll viele baumstämme haben umliegen ja du hast nicht zufällig was zu essen oder so bin dabei zu sammeln aber ich glaube selber was das ist ich habe ja ich habe freigestellt so weit ist er muss meinen schlitten ein vogel abgeschossen ich mache mich mal unsere wand ganz ruhig fertig ich habe jetzt eine neue axt kann ich damit jetzt schneller irgendwie blockieren schadengeschwindigkeit ob ich jetzt besser ich kriege die eine seite ganz kaputt ich weiß nicht ob das schneller war oder nicht so jetzt kann es losgehen ich bin ich ja irgendwie was genauso langsam glaube ich ich gehe noch mal zum wasser das ist ja auch okay habe ich da ein gesammelt ich habe irgendwie so matsch am boden gefunden dann habe ich irgendwie so meine hand angeguckt so ich habe gemacht ich glaube ich habe mich ich glaube ich habe ich mir match irgendwie so eingerieben oder so eine ahnung ich bin wieder am wasser und wieder noch schieb noch weiter so kommen wir und die kommt zu bier hallo kleinen schild wenn ich gerade einen hasen abschließen will dann schließe ich den vogel ab ja ja rohes fleisch oh ah 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 ich habe wo es gleich ja ja komm her ein bisschen unsere basis es gibt keine kommen es gibt doch eine nein ich trafte mich sag ich immer jetzt ich habe jetzt jetzt können wir voll party machen gehen wir aus dem weg geste ich bin einfach meine achse durch die ganzen äste der sterben für die natur überall ja wir geben einfach einen scheiß darauf was die mutter natur macht hauptsache sie gibt uns noch zu essen auch nicht so weit weg ich sehe deinen namen noch aber wer weiß wie lange das jetzt nicht gehört ne der baum gefallen ist da hat man einfach überall die ganze welt ja ich sehe noch mal voll viele kochern und viele kochern und viele kochern und sie im boot war irgendwie weiß ich nicht so weil so ein terminal oder so verschlossen war ja ich habe noch mal wo ich gerade bin ich bin gerade am abschlussort wieder ah sehr gut dann gucken wir mal ob da noch was ist ja hier ist noch genug so dass es mir auch voll nicht mehr gesagt ja ich glaube noch ein bisschen mehr zählen weiß noch was essen alkohol alkohol und ich habe einen neuen eintrag in meines kuhl was haben die nie was haben wir nicht äh 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 stück die wir uns angegriffen haben komm herr du stück aber ja und bisschen bei uns snacken und der nähste nicht ach der geht's gut äh ja ich habe einen tennisball gefunden sehr gut schläger oder zwei es hat ihren stocklager ich koch mir mal die echse ich muss essen ja ich habe auch ein paar schildküppchen wir haben mir großfleisch hinterlassen na gut ich habe lego angetötet die wand ein bisschen ausgebaut so viele baumstämme wir kriegen diese blöde wand heute noch fertig hier ist ein koffer wasser ist ein koffer ich bin ja beinahe ich bin ja beinahe ertrunken nicht mit einem bloßen fäusten ich bin die wand hier noch bauen so allein ich kann ja nicht dann soll man meinen schlitten dahin packen voll ist okay ich höre es immer vielleicht aber fertig damit haben wir zwei eingänge hier sind zwei dinger aber darauf rechten seite und einmal da vorne glaube ich stein lager ist voll aber das auch da soll ich okay das hat nie man braucht stocklava stein da ist ein baum gefallen im zug einfach nur so basisland dreck ich krieg die nicht die fehlern 23 noch kommen dann schaffen wir neu in dem part danach kann man den partner Ich habe auch noch genügend Fleisch, tatsächlich. Ah ja, ich habe noch... Ich habe... Oh, warte, Moment! Ich kann es noch... Moment. Gebt mir noch zwei Stöcke mit. Und dann mache ich es noch. Ja. Moment. Verteidigung, kleine Fallen, Dekoration. Möbel. Eine Feuerstelle. Möbel, was geht es? Möbel, was geht es? Möbel, nein. Stoffe, er hilft, das Baum, nein. Feierabon, Knappenkopf, Essen. Ah, hier, Essen. Nein, bitte nicht mal schütteln. Ich habe auch. Ich habe was. Was? Da ist einer. Was sind Sie? Wer sind Sie? Ich habe eine dicke Keule raus. Komm her! Hey. Ich habe den Zahn aufgehauen. er hat eine keule fallen lassen und seine armen wenn eine nummer kommt den vielleicht mit dem pfeil ab ich habe eingesammelt ich kann ja auch dass das hier der ganze fleisch eine stück jetzt einfach abgauen das ist einfach hier schneller machen okay ich kann mit der keule auf jeden fall nichts umbauen aber die macht mir noch zwölf gibt es nicht es ist dunkel wir sollten nach hause gehen fleisch da rein das ist auch noch säger baumhaus ein ding gelandet nachdem wir auch was es ist fertig ich sage gerade es ist fertig ich lese gerade mein büchlein oder knochen und der hat knochen hinterlassen der typ wir können wir nicht hier können wir nicht den tag wenn guck ich auch immer erst noch hier beistellte schrieb ich war auf jeden fall noch beim nächsten ein paar hasenkäfige irgendwie sind in einem noch nie was rein ich glaube die welches auch welches auch draußen kassieren so wir können wir können schlafen guter morgen schwarze fleisch ich habe auch 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 ich habe ja ich glaube der part ist jetzt schon wieder zu ende war schon wieder zu ende beim nächsten mal die blöde wand fertig ja so ich habe sogar noch nicht so dass sie immer noch wirklich aber man kann manchmal sie mit dem alkohol auf strengstoff herstellen kann man trinken und ich habe jetzt ja ich habe es auch stopp und alkohol habe ich zum ort auf cocktail gemacht das jetzt beim nächsten mal weiter ja dann bis zum nächsten mal